Wir haben unsere beiden Gleichungen. Wir müssen die erste Gleichung mit 2 multiplizieren, also 3x mal 2, y mal 2 und so weiter. Das ist nun unsere veränderte erste Gleichung und die zweite schreiben wir nochmal ab. Wieso haben wir nun mal 2 genommen? Weil wir nun plus 2y und minus 2y haben. Wir addieren nämlich die beiden Gleichungen, also 6x plus 2x gleich 8x plus 2y minus 2y und so weiter und dadurch fällt eine Variable weg und wir können dann nach x auflösen. Danach setzen wir das ausgeerechnete x in die erste Gleichung ein und lösen nach y auf. Das schreiben wir noch in die Lösungsmenge und sind fertig. Daumen hoch, wenn das Video hilfreich war.